Das war der Falsch, Junge. Kletter doch! K.O. du Potze! Er kommt, glaub ich! Gefickt, Junge! Ui! Jawohl, Junge! Au, au! Lucky ist bei uns ein Spawn. Wir haben vorgelegt, weiter so in der nächsten Runde! Jawohl, Junge! Ah, Moment mal, ich glaube, das hätte ich. Das ist aber schneller! Oh! Er gibt mir einen Schub! Fuck you! Geil, Alter! Wie ausgedrängt! Boah, Pistel, Digga! Auch noch die billige Pistel! Deswegen! Einer? Ja. Uislä. Berichter. Hollande! Uislä. Uislä. Beide! Nein, da kommt der nächste Mixer. Easy. Wir haben Zeit für sieben oder acht, also alles gut. Okay Jungs, Waffen wegstecken, wir boxen jetzt. Ja man, boxen. Das war der falsche, kletter doch. K.O. Du Potze. Er kommt, glaube ich. Gefickt Jungs. Jawoll Junge, da hatten sie beide K.O. Zugehauen, Alter. Oh. Drabuno. Ohne Sekundärwaffen, bitte. Du Potze. Ist nicht dein Ernst. Da oben. Hast du das Licht nicht gesehen? Er hat dich gar nicht getroffen, Alter. Ja. Easy Junge. Bin Meter vorbeigeschossen. Ja sicher. Keiner links. Easy. Wie von Stange. Wie von Stange. Oh. Digga, was für ein Turnon. Was für ein Turnon, Digga. Boom Junge. Was Junge. Du Potze. Du hast dich durch Hörgeschossen. Du Potze. Geil, Alter. Matchball und MP7, Alter. Ey, keine 7-2-5 benutzen. Warum? Weil, Digga. Letzte Knechtwaffe. Ja. Oh. Digga, er spielt sie. Oh. Aber die nächste Woche. Nein, auf. Die... Oh. Hey, Digga. Du Knetscht. Die Potze, Alter. Ihr hättet zu Null kassiert, die Ottos, ey. Dürf, Digga. Dürf, Dürf, Digga. Die Potze, Alter. Ja, Mann. Der konnte das Auto nicht hochklettern. Da war's nicht hinterher, ne? Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Achtung. Links. Links. Merkt man gleich, dass ihr noch nie schrumpf gespielt habt. Oh, Digga. Das war knapp. Er ist hinterher der Kiste. Digga. Er kämmt am Fenster und wartet da die ganze Zeit. Damit hab ich echt nicht gerechnet, dass er die ganze Zeit da oben wartet. Ich dachte, komm doch mal. Entschuldige dich nicht. Auch ganz krass hat er ihn da geholt. Was, Junge? Ja. Lecker Punkt. Ich hab den Nate nicht getroffen, Alter. Das war mir alles Nate von hinten. Nice. Ja. Ja, gerne gerne. Wie ist eine Reaktion? Wir haben die Erdbecken. Vielen Dank.